Damit kann es weitergehen mit Let's Play The Last of Us 2. Ich bin das, euer Simafix. Beim letzten Mal haben wir nun Offizier hier die Scars betrogen. Nachdem hier Les Schwester hier erschossen worden ist und hier in dem letzten verzweifelten Zug es noch geschafft hat, Isaac anzuschießen und möglicherweise zu erschießen. Wie ihr hört, sind wir gerade auf dem Weg nach Haven in der Hoffnung, dass wir hier... Also ich, ja wohl, ich personifiziere mich nicht mit der Abby. Dass die Wette Abby und Lev noch von der Insel kommen, aber hier tobt ja gerade der Krieg zwischen Scars und den Wolves. Hör ich da eigentlich wieder Infizierte schreien? Schade, ich dachte das im Krankenhaus wäre unser letztes Ding mit Infizierten gewesen. Das wäre sehr schön gewesen. Dämonen, wie sie ja so schön hier genannt werden. Okay, haben wir noch ein Workbench, das ist sehr cool. Habe man sowieso eh so viel ballern müssen. Nö, wir machen definitiv hier Stabilitäts-Upgrade. 50 Punkte, bam. Damit haben wir die Waffe auch perfekt Upgrade. Leider ein bisschen später erst. Habe ich ein bisschen später erst zu erschätzen gewusst, aber ist inzwischen die beste Waffe. Und man kriegt so saufenmäßig viel Money, dass wir davor den Bloater da mit einer Salbe hier... Oder Bloater, ich weiß gar nicht, diesen Boomer, was immer. Mit einer Salbe da für Platt gemacht hat, das sagt eigentlich schon alles aus. So, das Vierfache-Visier will ich da nicht haben, aber ich hätte gerne Stabilitäts-Upgrade. Genau, sehr schön. Was bastelst du da jetzt schönes raus? An besseren Griff. Okay. Ich glaube, so leicht lassen sich die Waffen nicht verbessern, aber okay. Mit zwei Handgriffen. Trotzdem, ich liebe die Anemason, ich finde die sind so cool. Ist auch besser, als wenn er aufhingeht, Workbench, Workbench, Workbench und... Alle Waffen sind einfach besser. Wow! Das war Haven. Ich weiß. Wir werden auf dieser Insel nicht sterben. Ich weiß. Wir gehen hier runter. Wir können sich ja alle gegenseitig gerne abballern. Aber da habe ich ja wirklich nicht das geringste Problem. Aber ich habe keinen Bock, dass ihr gegen mich kämpft. Vielleicht klappt es ja einfach, indem ich mich hier komplett durchkrabbel. Hauptsache es kommen keine Infizierten. Hör Herrar. Oh! Das hat designingynth �itsern! Hör auf! No! задin! Hör! Hör! ich habe das ein halben meter in kopf geschossen und ist dadurch nicht gestorben wer sieht wer soll mich hier gerade bitte sehen ich habe mir das so schön vorbeistreifen können hätte ich so schön ignorieren alle können aber ist ja noch in Ordnung ich weiß auch gar nicht man, sind das jetzt, das sind jetzt Gas, sind das jetzt, ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, du hast da gute Position gewählt, weil du abseits von allen anderen stehst das waren die Scars ich will doch da eigentlich nur durch, ihr könnt euch da alle gegenseitig gerne abballern mir wäre das doch eigentlich am allerliebsten, wenn eine nur überlebt von euch Alter, da sind ja noch so viele aber so wie es aussieht, ich gewinne hier die Scars, das heißt, ich stelle mich auf der Seite der Wulfseer gut, waren das nicht deine besten Freunde, warst du dann nicht immer so nett und freundlich und gut mit denen, auf einmal nimmer, gell Saibi, ich darf mich drüber freuen, weil ich mag euch alle nicht Einzige, die überleben müssen, sind Jesse überlebte schon mal nicht Pferd Pferd Ah, damit erwische ich doch keinen Haben sie gewonnen, verdammt Lieber ist es gewesen, wenn am Ende keiner mehr da gewesen wäre auch wenn er so tem also ab und Pack die Formalette mit der Armbrust aus. Alter, Alter! Wo kommt der Pedder her, Mann? Ich schon? Keiner da. Ich geh rein, zwei Gegner. Alter. Alter. Der eine Bullshit-Spiel, Mann. Sonst macht er immer 100.000 Checkpoints. Jetzt natürlich nicht, gell? PENNER, Mann! Du kriegst die Sense ab, Mann. Jetzt hatte ich echt keinen Bock, Mann. Das war jetzt so ein Bullshit-Tod, Mann. Und ist ja nicht schlimm, dass ich sterbe, Mann. Dass es keinen einzigen Checkpoint in diesem Dreckslevel gibt. Sonst immer 100.000 Checkpoints. Jetzt natürlich gar nichts. Hast du mich gesehen, oder wie? Boah, bist du gut. Das war so gut, wie ich schieße. Das war so gut. Schön? Alter, ich hab doch... Ich hab meinen Flammenwerfer ausgerüstet. Geh vor, auf einmal so eine Nummer ausgerüstet. Logik. Wollte ich vorher genauso machen. Wollte ich vorher genauso machen, Mann. Aber ich wüsste das, wo es hingeht. Okay, das war cool. Den haben wir natürlich getroffen, gell? Geht schon, Feuer, das spüle ich nicht. Ich bin Abby, ich komme hier aus der Hölle. Aber das ist jetzt genau geil gewesen. Wir kommen nicht durch. Wir kommen nicht durch. Woh, wir kommen nicht durch. Wir kommen nicht durch. Wir kommen nicht durch. Wir kommen durch. Alter. Wir waren in Hügel. Muss ich eigentlich lenken? Ich glaube schon. Einmal Blan ist in der Gegend rumballern. Okay, das war jetzt ein geiler Ausschnitt, Mann. Das war jetzt richtig geil, Mann. Die Docks. Okay, wir müssen hier raus. Kommen wir da jetzt nicht einfach runterhüpfen, dann haben wir es doch geschafft, theoretisch. Mir ist das wurscht, ich baller. Jetzt kommt alle her, Mann. Jetzt geht die Party los, Mann. Scheiß aus Stealth. Brennt doch eh alles, Mann. Alter, komm schon, meine Waffen müssen noch mal Schaden zu machen. Wie viele Kopfschlüsse brauchen die denn? Aber wenn nichts im Hirn ist, dann kann man natürlich auch nicht sterben. Na ja, ich bin Abby. Ich darf meine Freunde und Verwandten und was immer Bekannten töten. Das ist halt Abby. Abby is in the hood, 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 hood. Das machst gerade definitiv eher du. Ich habe wieder drei Schüsse, Mann. Ist da jetzt noch eine? Nö. Gegen wen kämpfen wir? Ach, äh, bei den Metzeln einfach alles nieder. Ich habe keine Ahnung. Ihr habt schon lange keine Ahnung mehr gegen wen ich kämpfe. Ich baller einfach alles nieder. So, wir müssen uns dann definitiv Metcats erstellen. Eins, zwei, und das ist mitnehmen. Öl's. Den wir halt das her. Kann ich irgendwas ressourcenmäßig voll haben? Das ist doch unmöglich. Was habe ich noch? Ja, ich habe meinen Pumpgun. Komm schon wieder die Verstärkung. Ich will nichts von euch. Ich will nichts von euch. Lass mir einfach mal Ruhe. Zack. Zack. Keine Ahnung, wo Lef ist, Mann. Aber das ist gerade echt cool. Einfach Chaos. Jetzt fehlen halt nur noch Infizierte, Mann. Wir müssen hier schnell weg. Wir haben sie. Komm schon. Schiff. Die Stützen werden nicht rein. Los, weiter. Das Dach wird einstürzen. Das Dach wird einstürzen. Ich bin nicht mehr. Es ist nicht so, dass du da bist! Es ist nicht so, dass du da bist! Es ist nicht so, dass du da bist! Oh, oh, oh. Silos! Oh, Gott! Hey, Dharma! Ist dir okay? Ja. Oh, Gott! 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 Hier. Hier. Nehmen wir aus dem Regen. Ja. Wir sind im Aquarium angekommen. Der Ort, wo Ellies Kampagne geendet hat. Und nun hier. So wie es aussieht. Abby's auch. Ja, ein wirklich, also der Typ, der jetzt hier am Ende war, das war ein ziemlich brutaler Fight. Besonders dann, ähm, warte mal. Das sah ein bisschen aus wie die Stelle, wo Ellie reingekommen ist. Besonders die Stelle, wo sie ihm das Gesicht aufgehört hat, sah er aus wie der Joker. Und nun wird sie gleich die schreckliche Wahrheit darauf finden, was mit ihren Freunden, ihrem Bekannten und ihrem Köter passiert ist. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Vorsichtig. Vorsichtig. Ebi. 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 Ebi.